ich war hier noch nicht du alleine warst ja gestern ja so schaut aus als müsste da der ball rein aber wie kriege ich denn da das weiß es warte ach so haha wie gerne es gehen ach du kannst reinschießen oben durchs geht da okay ja aber warte mal aber wie kriegst du den warte mal ja damit ich mir nicht geben kann ja genau auch scheiße ich muss weiter weg das war wohl ich sollte es mal auf der anderen seite machen ja Oh, warte mal, ich will ja nicht durchfallen. Mit Störungen kannst du nicht klingeln, gell? Mit Steuerung, Herr Rotte. Hm. Willst du mal? Was denn? Schau mal, ob du auf meinen Kopf draufsteigen kannst. Ich? Auf deinen Wartemals? Oh, hochspringen. Warte? Stehe ich jetzt? Bin ich nieder? Ach, ich sollte so hocken. Zum Beispiel, ja. Aber schau mal, ob du drauf springen kannst. Nee. Geht nicht, oder? Warte mal, ich jetzt mal nochmal. Moment. So. Ich muss da zwei Tassen greifen. Warte mal, ich schau mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Du kommst schon höher. Ja. Aber, hatte ich den nicht vorhin gerade? Warte mal. Ich schau mal, ob ich den... Jetzt hat. Kannst du nehmen? Jawohl. Schau mal, ob du da drauflegen kannst. Ohle, ohle. Also. So. Na, warte mal. Einer muss hier bleiben. Das ist nochmal... Phase. Und nun? Aha. Da kommst du bei meinem Tor wieder raus. Ich will aber hier rauskommen. Ja, warte. Wo ist denn mein Brot ist hin? Wo ich hinspringen wollte? Ich weiß ich nicht, wo du so bist. Oh, scheiße. Du hast irgendwas gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich hab mein... Heute in das zweite Tor hin von mir. Ich hab dem Ding sollen beide aktiv sein. Was denn jetzt? Upsa. Abkürzung. Loll. Loll. Du bist doof, echt. Geil. Ich würde es quall mal. So ist es cool. Abkürzung.